Ich rede mit dir über das Leben, dass im Leben gut wichtig ist, dass man etwas wagt. Ich finde es schön, dass die Kinder Musik machen und dazu lernen, dass Freude gehen kann und das kommt zu. Es geht einfach darum, dass es in Japan zusammen schlechter geworden ist. Als Band geht irgendwie etwas nicht. Manchmal merke ich einfach nicht. Du musst einfach denken, du kannst nicht alles haben. Wenn du die Musik richtig machen willst, dann machst du Musik, aber alles geht zusammen. Später merken sie schon, wenn sie gross werden, wie wertvolle Sachen gemacht haben. Das ist eine gute Idee, wenn sie nichts merken. Auf uns, let's go!